Erlebe das mühelose Bearbeiten historischer Dokumente dank künstlicher Intelligenz. Trainiere ganz einfach deine eigenen KI-Modelle für Text, Layout und Strukturerkennung. Unser Editor für Korrekturen und manuelle Transkription sowie Layout-Bearbeitung hebt jedes Detail hervor. Teile deine Dokumente mit Transkribus-Sites, mit strukturierter Datenextraktion, bereit zur Analyse. Entdecke über 150 öffentliche KI-Modelle und schließe dich unserer Gemeinschaft von mehr als 150.000 Mitgliedern an. Unsere intuitive Web-App macht Geschichte greifbar. Beginne jetzt, die Vergangenheit zu entschlüsseln mit Transkribus. Registriere dich und bearbeite monatlich 100 Seiten gratis.